Willkommen zurück zum Feed the Beast Light mit Sips LP Megaprojekt. Hallo, guten Tag. Alles auf einmal. Alles auf einmal. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich habe gerade schon in die Turtle reinguckt, in die Kiste und... Das ist so unfassable, Leute. Ich sage es euch. Da ist kein Erz drin. Ist das denn die Wahrheit? Das geht doch gar nicht. Da ist Holz drin, oder was hast du gesagt? Ja, aber es kann sein, dass da unten Stollen war oder so. Also, wir müssen mal in einem Gemeinschaftsprojekt mal die Stadt hier schöner machen. Die verfickte Wasserbrücke weg und hier mal die ganzen Löcher. Hier sind ja überall Creeper-Löcher. So, scheiße, jetzt habe ich keine Axt mehr, ne? Oh mein Gott. Ja, egal. Ach so, ja, genau. Mit dem Namen für die Turtle. Ganz wichtig. Ah, hast du aufgepasst, oder was? Ja, das ist Label Set und dann Name. Eine Turtle. Bau eine Query. Ist alles weg. Ach, scheiße auf Query. Turtles machen das viel besser. Ne, Query macht einfach alles weg. Ja, womit soll ich die denn antreiben? Soll ich da hier mit Methangas hier antreiben? Soll ich da reinblähen oder was? Ja, klar. Ich setze mich da allein die ganze Zeit so... Aha. Wo gehst du hin? Ich guck mal, was du da gemacht hast. Ja, hier. Das ist das Loch, was die Turtle gebuddelt hat. Hilfe! Ja. Aber du Pisser hast ja die Longfall-Bootz, ne? Wie macht man die nochmal? Äh, mit Gomba. Ach so. Ach so, er musste zwei Einzelne. Obsidian, zwei Diamanten und Iron. Iron. Ey, die könnte ich mir sogar machen. Iron. Die könnte... Ey, wenn ich die hab, nee, dann bin ich der King. Aber mach ich mir nicht. Scheiße, jetzt muss ich grad mal gucken. Ich glaub, ich setz die Turtle. Ja, die war ein, ein Feld zu... Ah, scheiße. Was? Ah, ist nicht so schlimm. Ja, hier. Eine Reihe fehlt, siehste. Ach jo. Ach lol. Boah, bin ich dumm. So nach oben. Ja, ich hab das ja gerade da hängen gemacht. Ja, ist noch schön, Leute. Ich sag nix. So, okay, warte. Und dann stell ich die Turtle jetzt nämlich... Warte. Ah, läuft ab. Ah, Kohle, cool. Kohle, Diamanten. Chill jetzt. Nein. So, Label, Set, Knecht, Eins. Knecht, Eins? Computer Label, Set, du Knecht, Eins. Der speichert jetzt auch, äh, die Energie. Ah, sehr gut. Hat er vorher nicht, oder wat? Nein. Jedes Mal, wenn du den abgebaut hast, war, äh, wieder auf Null gesetzt. Boah, jetzt ist voll die fette Höhle bei dir. Ja, verpiss dich mal da. Ich hau dich gleich. Ist meins. Obwohl, ne, da nicht mehr. Ne. Hier ist free to play. So, jetzt pass auf. Kennst du das nicht hier mit, mit, äh, Excavate und so? Excavate? Ja. Ich hab den Stab auf Excavation, meint er denn? Nein. Die Turtle, da gibst du Excavate, äh, also Excavate ein und dann kannst du noch ne Zahl, also, äh, Block umfangen. Ach so. Ja, zum Beispiel Eins abuttet ihr einfach nur nach unten. Boah, dir ist ganz wie Redstone. Den nehm ich mit. Feine Turtle, das machst du gut. Ich glaub, ich komm auch, ah, ne, ich komm nicht runter. Ich hab gar nix zu essen. Ich geh gleich wieder hoch. Oh, Rubine. Hast du ne Kartoffel? Aua, aua, aua. Ich hab, eine hat letztens ein Zombie gedroppt. Oh, mein Tread ist kaputt. Ja, dann pflanz die mal an. Ja, hab ich ja. Dann gib mal bitte eine. Warum? Ja, damit ich Kartoffeln hab. Ein Diamant. Ich geb dir gleich. Ja, ein Diamant. Ich geb dir da ein Diamant. Die sind viel effizienter als dieses verkackte Brot. Ja, stimmt. Zwei Diamanten. Lass mich. Ja, warte, ich geb dir deine Tafel. Nein, Penis hab ich nicht dabei. Oh, Lava. Oh, dann kann ich mal eben mal. Nein, mein Gold, mein Gold, mein Gold. Lauf weg. Das ist Wasser. Oder auch nicht. Ich hab kein Holz. Oder hab ich hier Holz? Hab ich da Holz? Sebastian, wie komm ich hier wieder raus? Ich wollte eigentlich Maschinen bauen. Das ist ja hier wieder Erze im Gepäck. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaub, hier war ich schon. Das kenn ich aber auch, ey. Denkst grad an irgendwas anderes und dann wirst du doch wieder abgelenkt. Zack. Ne Kiste. What the fuck? So, 14 Brote. Ich bin zufrieden. Oh, mir fällt gerade ein, ich hab ja gar kein Schwert mehr. Deswegen soll ich mich hier verpissen, weil das ist auch ein Spinnenspawner. Haha. Ach, ich bin ja letztes Mal fast verreckt, ne? Da im Wasser und so. Und dann statt mal auf die Idee zu kommen, ne Leiter da hinzusetzen, damit ich Luft kriege. Nein. Ich schieb mir erst mal voll die Paras. Oh, lol. Mir fehlt immer noch das Holz. WTF, wo bin ich denn? Dann hab ich schon mal ein Bäumschir mit. Ich bin irgendwo anders. Heige liege, scheiße. Da unten bist du doch. Ich seh dich. Ich glaub, ich bin bei Sironic, oder? Ich glaub schon, ja. Was hat der denn hier für ne Scheiße gebaut? Hat die kleine Anlage? Ja, ich darf ja gar nicht drin sein. Aber die Anlage ist ja gut, aber... Okay, ein Farmturm. Ja, so ein Farmturm wollt ihr auch bauen, nur nicht so extrem. Was ist denn hier los? Ja, der hat mir das schon gezeigt. Ich hab ja auch nur so gedacht, mh, natürlich. Aber er kann kein Haus bauen, ne? Nein. Das ist zu viel verlangt. Warte, ich komm mal rüber. Irgendwie, ich hab, glaub ich, jetzt wäre dein Weg zu dir gefunden, so halb. Ja. Ja, du kommst jetzt hier hinten bei mir raus. Haha, hinten. Hallo. Geil, ne Solarzelle. Verpiss dich, guck hier. Turtle ist fleißig. Ah, jo. Ich könnte auch direkt hier die Größe von meinem ganzen Grundstück angeben, ne? Ah, guck mal, jetzt baue ich die um, ne? Ich geb dir gleich, ich geh dir nicht in den Weg. Sonst, äh, die kann rumbacken, glaub ich. So wie ich das verstanden hab. Ich geb dir gleich, ich geh dir nicht in den Weg rein. Ich geb dir, ich mach die Schmesser von hinten, Junge. Okay, geh ich mal in mein Haus. WTF, warum hab ich denn The Binding of Isaac Musik an? Zockst halt noch nebenbei, wie, wie der Tedmar, weißt du? So, was gewittert das denn hier? Ist da, hast du noch Minecraft auf im Hintergrund? Nee, bestimmt nicht. Und was war, er hatte zweimal Minecraft im Hintergrund auch. Unter Minecraft hat man gesockt haben. Wie gut, ey. Hä, ach da. WTF, die haben ja einen Penis gebaut. Dein Pimmel, liebe größte Gommel. Mein Pimmel. Ist der fettig, ne? Ach, da hinten ist noch was. Gommes Penis. Vielleicht denk ich da dran und nenn den Part so. Hm. Kann man ja mal machen. Ich verleg' ich grad, hat er noch genug Erde? Ja, komm. Ah, okay, so. 22, da packe ich da mal da rein. Braucht er aber seinen Pimmel hier hin. Aber nur auf dem Boden, oder was? Ja, Erde. Gefängnis. Aber er hat sich vertan. Warte, ich hol mal ein bisschen Erde und dann baue ich mal meinen Pimmel bei ihm. Das kann man ja mal machen. Äh, warte, was brauche ich nochmal? Ich brauche Batterien, ne? Ja, drei Stück. Für den Gameboy. Ja, eben. Genau, hast du so eine Konsole hier in-game, mit der du zocken kannst. Ja. Tin Redstone Copper Cable. Ja, ich muss dann gucken, wegen Watermill oder Solarpinel. Was braucht man dafür nochmal? Ach, da brauchst du nicht viel. Generator. Oh. Boah. Ja, doch, da brauchst du schon ordentlich was für. So. Ja, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen fahren, ey. Wenn er auf meinem Wohnstück baut, ja, dann. Baue ich auf seinem. So, okay, jetzt habe ich Brot. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ins Cave. Wir gehen gerade dunkel, von daher. Ach so, du wolltest eine Toffel haben, ne? Eine Toffel, ja. Wir hätten aber auch schlafen gehen. Oder du hast doch gar kein Bett, oder? Ne. Dann geh nicht ins Cave, geh auf die Wiese. Eine Toffel. Oh, cool. Meine Keime. Ich habe das Gefühl, der Ton. Ne, jetzt geht wieder. Ton von Minecraft ist irgendwie versetzt. Ich gehe elf, lol. Bei dir ist das direkt Asynchron bei mir dann erst nach dem Rendern. Okay, das stört mich jetzt aber nicht so doll. Wie groß ist denn der Pimmel? Jetzt misst du den Pimmel, ey. Ich mache den mal, glaube ich, bis... Oh ja. Obwohl, der war bei 95, fange ich mit der Eichel an. Das ist doch fällig, ey. Ja, der hat angefangen, Penisse zu bauen. Boah, ich kann jetzt hier erstmal gar keine Faxe machen. Ich muss mich jetzt erstmal voll auf die ganzen Ärzte konzentrieren, ey. Das dauert noch so lange, bis ich mal irgendwas machen kann. Ich komme mir auch irgendwie nicht voran. Ja, ich muss ja auch noch was bauen. Ich meine, ich habe ja schon den Voraus aufgenommen. Jetzt darf erstmal keiner mehr in meinen Keller rein. Wie weit bist du jetzt im Voraus? 30, 32. Ja, übertreibe ich doch direkt. Er rastet da voll aus, ey. Okay, die Eichel sieht ein bisschen komisch aus, glaube ich. Ich habe noch nie eine Eichel gebaut, also entschuldigt mich. Wenn die Penis-Pioniere hier was besser drauf haben, dann... Gibt bestimmt so Anleitungen. So, wie baue ich einen richtigen Penis in Minecraft? Genau. So ein Tutorial-Video am besten noch. So. Oh, hier ist aber ordentlich was los, ey. Hallo, Moko, na? Was geht? Oh, Tin. So, warte mal. Boah, wie viel Markel hier ist. Ich muss natürlich noch Wasser da runterlaufen lassen. Ich würde ja Milch nehmen, aber geht nicht. Du bist geworden. Oh, ich mache dich kaputt, Junge. Scheiß Creeper, ey. Das sieht nicht aus wie ein Penis. Egal. Oh, Batman? Ich bin Batman. Nein, Batman ist hier bei mir. Irgendwo. Ich höre den. Oh, Gravel, Pete. Ja. Ja, stimmt. Flint bräuchte ich eigentlich auch. Ich mache ein bisschen Gravel mit. So, jetzt brauche ich noch ein Eimer Wasser und dann passt das doch. Ey, warum? Was? Warum? Warum darum? Ja, das habe ich sonst immer so gemacht, aber... Ach, ne, hier ist ja kein Eimer Wasser wieder hoch. Egal. Ich lasse es einfach. Ein bisschen Gravel habe ich ja jetzt. Mehr ist hier echt nicht. Das ist aber ganz schön, äh... Arsch. Weißt, wo ich drauf aufpassen muss? Nein. Dass ich nicht unten in meinem Keller bin und dann mein Jetpack leer geht, weil dann komme ich nicht mehr hoch. Ja. Oh, nein. Oh, je war... It's raining, man. Nein. Lass mal schlafen. Ah, ne, du hast gar kein Bett. Ne, ich glaube, der Server läuft nicht so schnuckelig bei mir. Bei dir? Ja. Warum denn bei dir? Keine Ahnung. Lädst du hoch? Ich renne an den Ball. Nein. Ich renne an den Ball. Was ist los? Dann ist das ja klar. Warte, ich muss mich beeilen. Ich möchte unbedingt noch den... den Pimmel da fertigstellen. Kohle, Kohle. Boah, ich glaube, ich muss dir nochmal fragen, ob ich mein Grundstück nochmal vergrößern darf, um einen Block. Nein. Ich muss meinen Plan komplett umändern. Das ist voll scheiße. Ich will keine vier heftigen Wassertürme. Das ist viel zu viel. Weiß, wie lange ich brauche, um vier Wassertürme bis zur maximalen Höhe zu bauen. Lange? Ja. Sehr lange. Du musst nur einmal Wasser reingeben, dann läuft das doch runter. Äh, nein. Ich muss das auch zwischen die Dinger machen. Oh, okay. Das gibt mehr Strom. Aber vier Türme, das ist ein bisschen sehr, äh... Bau doch was Schönes. Ja, mach ich doch. Nein, mach's ja nicht. Du baust nur einen riesigen Wasserturm. Nein, das ist ja nur das, was in der Mitte ist. Oh, da war ne Spinne. Das ist ja nur eigentlich so das Treppenhaus, wo der Wasserturm in der Mitte ist. Jetzt muss ich noch die Eier machen, ne? Genau, die Eier. Eier! Oh. Oh, ein Mausrad. Alter, ich hab grad so ein bisschen FPS-Einbrüche. 25, was ist los? Brenn das da auch nebenbei? Nein. Oh, lol. Ach, lol. Okay. Ah, ich bin jetzt auch hier, wo du gerade angekommen bist. Und da hast du runtergebuddelt. Du bist so ein Affe, ey. Ich hab nicht runtergebuddelt. Oder wo meinst du? Doch, da war so ne Treppe nach unten. Ne, das war ich nicht. Ich kann doch fliegen, Mann. Oh, meinst der Telefon? Nee, ich mach'm stell dir zu. Ich hasse Telefon. Ich bin doch am Aufnehmen, Mann. Telefon, Mann. So, ist ja echt kein Weg mehr. Ja, was frag ich überhaupt? Ist ja direkt unterm... Unterm Grundstück. Okay, die Eier sind jetzt nicht so sexy. Aber gut, die sind ja eh meist nur beiläufig. Die hängen da eh nur dran. Das ist die Frage, wie komm ich wieder hoch? Ja, dat ist die Kunst. Ach, hier geht noch weiter runter. Ja, da komm ich gar nicht mehr hoch. Also mein Penis hat das Problem jetzt nicht. Der ist ganz oben. Shit. Aua. Okay, hier haben wir jetzt wieder irgendeine Höhle. Ich hoffe, wir sind jetzt keine bösen Gegner. Und da ist Lava. Okay, da nochmal drei runter. Da hinten ist wieder die Anlage oder was? Was ist denn für eine Anlage? Der hier vom Zeronik. Bei Zeronik? Zeronik. So. Der ist viel besser. Jetzt mach ich da noch ein Schild dran. Das sieht man bestimmt gut auf dem Map, ne? Oder steht der? Oder liegt der auf dem? Ne, 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 das steht. Müsste man hinlegen, weil dann sieht man den noch auf dem Minimap. So sieht ein Penis aus. Penis! Alter, jetzt hab ich SP. Sieht ein Penis aus. So sieht ein Penis aus. Ach, mit Schild dran. Batman. Ja, der auch gemacht. Gruß. Ach, warum kann man kein Schafes S schreiben in dem Wichs? Weil das Java ist. Ja. Java OP. Was soll ich eigentlich mit der ganzen Kohle? Ich frag mich gerade, wofür. Gut, könnte ich zum Antreiben von Maschinen benutzen, ne? Aber das hab ich keinen Bock, da ständig dann, äh, Kohle nachzuschütten. Das ist ja schon irgendwie wasted. Ich versuch einfach direkt. Aua. Okay, die Eier sind sehr klein im Gegner zu der Eichel. Nein. 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 Stirb. Tombstone-Ohre. Oh, hier geht's hoch. Ach so, lol. Hier ist meine Turtle unterwegs. Ah, wie gut ist das denn? Er rennt die ganze Zeit im Kreis und ist dann bei sich zu Hause. Ja, nee, ja, doch schon. Aber ich bin unter der Erde, deswegen. Ja, nee, aber doch schon so. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Aber nein, aber ja. Scheiß mal auf die Seed schmeiß ich weg. So, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Ja. Und deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Part. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.